Hallo liebe Freunde des gepflegen Strategiespiels. Herzlich Willkommen zurück zu England, was noch spielt. Subway Station 5. Wir sind Ägypten, wir versuchen die Weltherrschaft über Kultur an uns zu reißen, haben aber einen großen Fehler gemacht. Wir haben versucht die Weltideologie allen aufzuzwingen, in der Hoffnung, dass wir einen Bonus dafür bekommen. Noch ein großer Ingenieur. Was soll denn das alles? Ingenieuren, sag mal. Du bleibst da. Haben aber nicht daran gedacht, dass die Erzwingung der Weltideologie dazu führt, dass eben auch hier vor allem Pachakutek sehr unzufrieden ist mit der Welt und uns. Und internationale Spiele, ja, nein, weil die Freiheit steht doch gar nicht zur Debatte. Offene Grenzen, offene Grenzen. Ich habe ihn schon 100 Gold, ich spiele ihm 140 Gold pro Runde. Macht er nicht. Ach, ohne offene Grenzen werde ich gar keinen Handelsweg bauen können. Oder doch? Nein, der Handelsweg auf jeden Fall würde nochmal einen Bonus bringen, damit es langsam wieder steigt. Und beim nächsten Frachter, der dorthin fährt, sind wir natürlich dabei. Heliopolis sollte eigentlich das Raumschiff-Cockpit bauen. Tun sie aber nicht. Oh, noch ein großer Musiker. Oh, das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt, weil jetzt kann man nämlich noch einen schicken. Die hat dann noch eine Konzertreise übernimmt. Und natürlich können wir das machen hier. Cäsar schmiedet Bienen gegen Boudicca. Pascal hat einmal geweisert, um Dublin anzugreifen. Wo hast du denn die Kategorie geboren? Raumschiff-Cockpit. Ne, Heliopolis war das Raumschiff-Cockpit. Aber in drei Runden müssen wir jetzt in den internationalen Spielen, um unseren touristischen Output zu verdoppeln. Das wäre es natürlich. Da müssen wir aber alle auf Industrie schicken. Industriefokus, Produktionsfokus schicken. Man hat ein Projekt mit Boudicca abgeschlossen. Wofür braucht ihr denn Atomwaffen? Das ist so wack. Großer Künstler, goldenes Zeitalter, kann es sehr gut gebrauchen. Danke. Und in einer Runde können wir dann die Spiele starten. Wir können keine Konzertreise dahin übernehmen, weil wir keine offenen Grenzen haben. Nun gut, nun gut. Echt, so gar nicht. Na, wenn er bei dem Gold nicht mal schwach wird. Hm. Nun gut. Dann müssen wir bei den Künstlern hier warten vor den Toren. Ja gut, wenn keine offenen Grenzen sind, dürfen auch keine großen Künstler rein, das ist klar. Ja, dann hier warten. Ich hoffe mal, dass dann keine Bösewichte vorbeikommen und uns verprügeln. Gold durch Land, Handelsbege, Unterhalt für Straßen, 50% reduziert. Händler werden schneller verdient, Halsmissionen werden besser. Hm. Bringt das nichts. Erkundung, Fortbewegung, Ideologie, Kampfstelle für den Schenk, Zufriedenheit. Und ich muss hier ja mal wieder gucken, ne? Plus drei Gold durch Handelswege mit anderen Zivilisationen. Ja, mit Rom jetzt so. Das wird ein bisschen Gold bringen. Chance auf Fall, Manipulation, Stadtstand verdoppelt. Da haben wir zu wenige Leute drin. Dann, dann den Motor bitte einmal aufheben, Weltideologie, Freiheit. Internationale Spiele. Da müsste ja jeder für sein. Weiter Freiheit. Jetzt bin ich hin und hergerissen, ne? Hm. Zivilisationen, die dieser Ideologie folgen, erhalten zwei zusätzliche Abgeordnete. Die Öffentlichkeit und Meinung für die Ideologie wird mit für alle Zivilisationen erhöht. Es kann nicht mehr als eine Weltideologie gleichzeitig geben. Das heißt, sie müssen gar nicht auf jeden Fall wechseln. Sie bekommen halt nur ein Malus, wenn sie es nicht tun, ne? Und wenn ich es richtig liege, dann haben wir mit sechs und sechs, dann sind wir bei zwölf mehr. Dann sind wir bei neununddreißig. Und achtundzwanzig und zwölf sind vierzig. Das heißt, selbst wenn die alle dafür stimmen, hätte ich mich mal vorher drum kümmern müssen. Aber vielleicht die internationalen Spiele. Also wenn die Weltideologie Freiheit wieder aufgehoben wird, dann ist mir das eigentlich egal, oder? Dann ist mir das egal. Was wichtiger ist, ist, dass die internationalen Spiele stattfinden. Und da werde ich alles für tun. Nächste Runde. Spiele wird erlassen. Und die Weltideologie Freiheit ist nicht mehr aktiv. Das war ja abzusehen. Nun gut. Können wir jetzt mal über offene Grenzen reden. Können wir ihm ein Geschenk machen, um einfach zu sagen, hier ein Pferd als Zeichen meiner Loyalität zu dir? Städte, die wir alle besuchen wollen. Theben. Tourismusproduktion. 411. Cusco ist er halt weit dahinter. Der dritte große Ingenieur. Können die Raumschiffteile fertigstellen? Ne. Produktion erstatt zu beschleunigen. Geht nicht. Spiele, Spiele, Spiele. Gut, dass er sagt, internationale Spiele und nicht den Fehler machen, sie nicht zu bauen. Die internationale Spiele haben Vorrang, Produktionsfokus. Sehr gut. Memphis macht alles für die internationalen Spiele, geht in den Produktionsfokus. Sehr gut. Theben ist auch im Produktionsfokus hiermit. Und der nächste große Ingenieur wartet. Nächste Runde. Nächste Runde. Wo man dann hoffentlich hier und da ein bisschen, ne? Oma hat die Schochen denunziert. Dido ist zu einem Ecke jetzt geworden. Wir können einem Krieg begegnen. So Verbündete. Nein, kein Interesse. Handel, wie wäre es mit offenen Grenzen, sag mal. Räucherwerk. Was ist denn noch so viel Räucherwerk? Richtig viel Zeug, okay. Und offene Grenzen. Erstmal ablehnen. Aber er ist handelsbereit. Man kann wieder mit ihm reden. Es ist jetzt nicht so, dass komplett der... Ist die KI so klug? Er macht's. Zwei Gold pro Runde, vier Eisen, Pferde, Öl. Annehmen. Auf Wiedersehen. Zack. Konzertreiseunternehmen für 5.000. 21 Züge. Zack. Beliebt. Zack. Einflussreich. War's das? War's das? Ich glaube schon, oder? Unser Volk trägt nun eure Blutjeans. Auf Wiedersehen. Pachakutikati, du den Krieg erklärt. Aber das ist völlig irrelevant, weil ich der Weltherrscher bin. Aufgrund meines Kultur-Imperialismus. Wir haben's geschafft. Durch die Überlegenheit eurer Kulturerrungen, die Größe eurer Zivilisation, die Pracht ihrer Monumente und die Ausdruckskraft ihrer Künstler haben der Welt den Atem verschlagen. Solange müde Herzen sich an Schönheit erfreuen können, werden Poeten euren Namen verehren. So sieht's aus und so sieht unsere Welt aus jetzt, da wir den Kultursick errungen haben. Herrlichst, herrlichst, sag ich euch. Und das war auch super gestreamt. Leute, wir schreiben das ja 2026. Easy Game, sag ich mal. Schwierigkeitsstufe 7 ist einfach keine Herausforderung mehr für mich. Ich hab das Spiel eben so dermaßen im Blut, dass ich bei jeder Entscheidung genau weiß, was für Auswirkungen sie hat. Sowohl im positiven als auch negativen. Man lernt nie aus, sag ich da. Also ihr lernt nie aus. Ich hab ja nichts mehr dazu zu lernen. Also dieser Move, die Weltideologie da auszurufen, war schon genial, muss ich sagen. Wir hätten früher schauen können, dass wir vielleicht ein, zwei große Musiker auf die Welt bringen, um Konzertreißen zu unternehmen. Aber das war ja marginal, was die da zu geleistet haben. Und das war ja unter ferner Liefen. Slash, Ende, Ironie. Nee, nee, ich hab tatsächlich dazugelernt. Ich hoffe, es war nicht allzu schmerzhaft für euch zuzuschauen. Wir haben es ja trotzdem geschafft. Wir wussten ja jederzeit, dass die anderen weit davon entfernt sind, da irgendwie was auf die Beine zu stellen. Was auch schon damit zu tun hat, möchte ich behaupten, dass wir sie ständig in den Krieg geschickt haben. Demografie, Bevölkerung, das sind wir an dritter Stelle. Letzter Platz waren die Kelten, erster Platz natürlich Rom. Schaut euch Rom an auf der Karte, das sehen wir auch gleich schon mal im Detail. Die Großen, dieses große Volk möchte auch ernährt werden. Die produzieren auch viel, die machen viel Gold, das ist klar. Land sowieso, Land haben wir auch nicht viel gebraucht. Militärmacht, wofür, wenn wir 100% Zustimmung, 100% Affabilisierung haben und das im Durchschnitt 93% waren und bei den anderen so gar nicht der Fall. So gar nicht. Da haben wir schon gut gewirtschaftet. Rangliste, Jean d'Arc, ich fürchte mich nicht, das ist meine Bestimmung. Es sind Charles de Gaulle, Heinrich der Achte, Marc Aurel. Nö, nö, unser alter Ego ist nicht dabei. Wiederholung, ach, wie ich das vermisst habe, Demografie. Was ist da los, Karte? Alleweil. Rams ist der zweite Ansegene Kategorie Kultur erzielt, verbrauchte Zeit, 4 Stunden, 52 Minuten. Hat sich nicht so filmisch angefühlt. Wiedergabe. Okay, unsere Startposition an der Wüste, muss ich nochmal analysieren, können wir ja nicht, aber müssen wir nochmal analysieren. Riesenglück hatten wir eigentlich wegen des Subkontinents. Wir konnten in aller Ruhe machen, was wir wollten und konnten am Anfang mit einem Krieger quasi dahin uns entwickeln und alle Ressourcen, die wir hatten, in Wunder stecken. In der frühen Phase des Spiels konnten wir auch ein paar Wunder bauen, in der mittleren Phase des Spiels dann schon nicht mehr, weil wir wissenschaftlich soweit hinterher hinketen. Und dann aber doch wieder durch sozusagen Peaks in der technologischen Entwicklung Wunder freigeschaltet bekommen haben, die nicht jedem zur Verfügung standen. Was uns wiederum die Möglichkeit gegeben hat, da überhaupt dann die nächsten Wunder zu bauen, die wir auch ganz gut bekommen haben. Petra konnten wir leider nicht bauen, so das wäre nochmal ein Riesenboost für uns gewesen, vor allem für Theben. Und wir müssen gleich mal schauen, ob das jetzt auch wirklich die größte Stadt der Welt ist. Ich kann es mir schon vorstellen. Auch gut war, dass wir dann die zweite und dritte Stadt gegründet haben. Die zweite war so durchschnittlich, weil die dritte hier mit den ganzen Sägewerken, die hat uns hier und da oftmals so gut unterstützt bei der Produktion von wichtigen Dingen, dass ich da sagen muss, besser konnte ich laufen. Er muss bewusst gegen die vierte Stadt hier oben entschieden, obwohl es ja Gold gab. Isabella hat er nochmal hier gegründet, aber das war dann auch eher für die Katz. Rom, Pocatello hat er den Bonus, dass sein Land sehr schnell wächst und hat dann auch hier gegründet, schnell, da oben und da unten, blöderweise. Aber das war jetzt auch ein wenig tangiert. Die Inka werden den Kampf in den Continent Physicians entscheiden und wir sehen ja oben schon, dass Isabella so ein bisschen überstrapaziert. Sechs, sieben, acht Städte, neun Städte. Neun Städte, die kaum entwickelt sind, ist halt dann schwer zu verteidigen. Wenn du den Teig zu weit auseinanderziehst, dann wird der einfach irgendwann zu dünn. Rom hat hier früh mit Pocatello die Säbel rasseln lassen, hat hier auch eine Stadt erobert. Als die Stadt gegründet wurde, haben wir schnell uns gekümmert, hier alles drum herum zu kaufen. Stadtstaaten hatten wir auch erst spät im Spiel auf unserer Seite. Spannend, hier ist dann Rom weiter am Wachsen. Pocatello ist hier dabei, gegen Isabella in den Krieg zu ziehen. Hier ist Isabellas gegründete Stadt. Dido ist so mittel. Hier passiert was, da passiert was. Hier haben wir dann Cesar gegen Pocatello immer wieder in den Krieg geschickt. Da hat er auch richtig viel übernommen. Hier wechselt die Hauptstadt mal, wieder nicht. Hier oben verliert Isabella gerade nach und nach. Weitere Städte, auch hier unten ihre, ich möchte Kolonien sagen. Während die Inka und Cesar richtig weit vorne sind in Pocatello, war lange Zeit dann der größte Gegner, was Kultur angeht. Hat man aber schnell dann doch auf unsere Seite bringen können, bis wir mit den Inka das Problem hatten, das wir aber lösen können, indem wir die Weltideologie Freiheit eingeführt haben. Und dann nochmal zwei Reisen, Kulturreisen, aber das ist kaum der Rede wert. Und das ohne auch nur einen Schuss abzufeuern, ohne auch nur eine Einheit zu zerstören oder eine Einheit selbst zu verlieren. Pazifismus gewinnt dann manchmal eben doch. Wir sind bei der Karte. Nachrichten brauchen wir nicht. Punkte. So, Durchschnitt. Ja, Rom war punktetechnisch natürlich vorne. Inka dann später auch. Produktion pro Runde, das finde ich auch spannend. Da haben wir zum Schluss dann den Produktionsfokus gemacht auf die internationalen Spiele. Wäre die Frage gewesen, ob die internationalen Spiele in sieben Runden dann dazu geführt hätten, dass wir mit unserem, ob wir den Bonus überhaupt bekommen hätten. Wer weiß, gesamtes Gold, da haben wir mal gut ausgegeben. Boah, wenn die Inka hier mal 25.000 auf der Bank hatten, was hat denn Rom bitte da ausgegeben? Hat Rom dann sich hier dann Armeen gekauft? Das kann gut sein. Anzahl der Städte. Mehr braucht schon mehr als drei Städte, sage ich da. Bekannte Technologien. Das finde ich spannend. Und wir sind, genau, was ich nämlich gerade gesagt habe, lange Zeit hier so. Also am Start haben wir ja so den Malus. Aber hier war es dann ein Problem, dass wir keine Wunder mehr bauen konnten. Dann mal hochgetackt. Tack, tack, tack. Hier ein bisschen. Und dann hier. Bam! Vorne mit dabei gewesen. Und seitdem auch eigentlich relativ. Wo ist denn? Es ist jetzt niemanden. Hier hinten raus. Sind es wieder die Inka, die dann schnell viel entdecken. Okay. Aber auch gut zu sehen, das ist jetzt mal hier im Nachhinein. Wissenschaft pro Runde. Haben wir da mal eine Wissenschafts- Da haben wir bestimmt goldenes Zeitalter. Und da hat man ja lange Zeit, dann goldenes Zeitalter. Ja, ja, ja. Wissenschaft, gesamte Kultur. Auch spannend. Und da hätte ich eine Idee angesammelt, die dann ausgegeben wird. Das ist ja Kultur pro Runde. Das ist spannend. Gar nicht mal so gut, ne? Die Inka hatten hier einen krassen, haben ein goldenes Zeitalter gehabt. Oder zwei, oder was ist da los? Und erst hinten raus, ab 1930, sind wir dann vorne. Die Schoschonen hatten richtig viel Kultur. Ja, ich glaube, die Schoschonen hatten, der hat auf jeden Fall einen Hufre gebaut. Müssen wir gleich mal gucken. Wir machen mal noch eine Runde. Wir gehen mal zu den Schoschonen rüber und gucken, ob wir den Hufre einnehmen können. Aber es würde, wir schauen mal bei Rom. Ja, parallel. Als die Schoschonen Kultur verloren haben, haben die Römer hier gewonnen. Das kann schon damit zusammenhängen, dass sie eine Stadt eingenommen haben. Hier auch, ganz klar. Die Städte eingenommen haben, die dann da eben Weltwunder auch hatten. Zufriedenheit, überschüssige Zufriedenheit. Immer gut. Hier ist 0. Wofür ist das Rote? Ist das Durchschnitt oder was? Da hatten wir anfangs mal kurz Probleme. Aber danach war man eigentlich immer gut dabei. Also, dass man mit 50 Zufriedenheit durch die Welt spazieren, ist eher selten gewesen. Und Zufriedenheit. Die hast du natürlich auch, ne? Wenn du so ein großes Reich hast. Keine Zeit, Alter, Runden. Sehr schöne Grafik. Ah, 15. Ah, okay. Und dann jede Runde eins weniger. Hui, die Inke haben da ja über 20 auf einmal gehabt. Okay. Dann Bevölkerung. Auch spannend. Mit nur drei Städten. Die drittgrößte Bevölkerung. Ja gut, hier dann nicht. Das ist auch gut. Kann ich hier eigentlich noch mehr machen? Kann ich hier reinzoomen? Nee, ne? Nahrung pro Runde. Ja, geht so einher mit der Bevölkerung. Gold pro Runde Stadtverbindungen. Gold pro Runde Handel. Und da mal hinten raus beim Handel verloren, weil man mehr Gold bezahlt. Ja, aber das ist ja so 25. Das ist ja mit den anderen Nationen, ne? Einheitenunterhalt, der hat da mal so aufgeteckt, da hat man überhaupt erst unsere Armee erschaffen. Gebäudeunterhalt müsste immer relativ hoch gewesen sein, aber sonst keine Modernisierungsunterhalt. 25. Aha. Was ist der Modernisierungsunterhalt? Ist das die Anzahl an Gold, die wir ausgegeben haben? Jetzt haben wir hier die Bomber abgegradet. Ich weiß es nicht. Anzahl Politiken. Ja, da waren wir ganz oben mit dabei. Aber hier schon nicht mehr. Hier sind wir fast schon ins Hintertreffen geraten. Bis wir uns dann wieder gefangen haben. War in der mittleren Phase des Spiels, waren wir echt nicht gut dabei. Anzahl Bautrupps verbesserte Geländefelder. Ja gut, hier gab es halt echt nichts mehr zu tun. Das ist spannend. Und das sind die Bauarbeiter verrückt geworden, haben dann gar nichts mehr gemacht. Und Militärmacht. Mal hier, mal da. Und die Inka hätten zum Schluss, ich frage mich echt, wen wir zum Schluss da noch gesehen hätten als Sieger. Nur noch eine Runde. Ich möchte zauern. Theben hat eine Größe von 43. Rom hat eine Größe von 33. Cordoba hat hier oben ist eh egal. Cusco 32. Das sind wir schon vorne mit dabei. 30. Höhe. Hier wurde ja, wurden die Städte arg gebeutelt. Deswegen halb so schlimm. Huy duis. Auf Wiedersehen. Ramses gewinnt. Hat das Spiel mit dem Siegtyp Kultur gewonnen. Juhu. Am Projekt in der letzten Spiele ist es zu 59% abgeschlossen. Da möchte ich noch wissen. Ah, sieben Runden. Kannst du sieben Runden machen? TPA wird Cäsar beendet. Kohle wird Cäsar beendet. Aluminium, dies, das. Spiele. Schnick, schnack. Mosonkani einzunehmen. Da müssen wir, da sehen wir doch bestimmt, ob da der Louvre steht. Hier unten glaube ich mal nicht. Seht ihr den Louvre? Der Louvre ist so bestimmt die Glaspyramide. Hat Rom die gebaut? Rom hat die Pyramiden gebaut. Weltraum. Station. Stadion. Wie sieht denn Tepen aus? In Tepen muss ja alles stehen, sag mal. Oberhaus in Sydney. Die Freiheitsstatue. Klein, aber fein. Ja, ist der Louvre vielleicht so klein, dass man den Geist sehen kann? Eiffelturm. Das ist klar. Freiheitsstatue, Eiffelturm, Oberhaus in Sydney. Großer Leuchtturm. Gut sehen wir aus, gut sehen wir aus. Da hinten, da bewegt sich auch das Stadion. Haben wir alles. Hm. Kusko in der Louvre gebaut. Dinger in den Gärten sehe ich da. Ich sehe da Uran. Aber ich sehe nicht die Glaspyramide. Das hier ist Chichen Itza. Nun gut, falls ihr es gesehen habt, gebt mir Bescheid. Aber der Louvre wird jetzt nicht abgerissen worden sein, nur weil die Hauptstadt verloren gegangen ist. Große Mauer ist auch nervig. Aber wenn das so kleine sind. Guck mal, hier sind so viele. Das ist Globetheater. Das wird ein Teamwork stehen auf jeden Fall. Kann ich mir vorstellen, ich sehe es noch nicht. Nun gut, nun gut, nun gut. Wollt man noch was wissen? Ne. 591. Wir gucken es nochmal an. Alles safe hier. Nicht ausgegabene Altertumstätten 2. Nicht ausgegabene Verborgene Stätten. Verborgene Stätten. Was sollen die denn bitte sein? Was hat es mit verborgene Stätten auf sich? Wurde ich mal googeln. Große Werke. Nochmal gucken, ob wir auch wirklich hier alle Boni bekommen haben. Hier konnten wir nichts mehr machen. Aber wir haben ja hier allein plus 10 Kulturbonus. Dann hier nochmal 10, 24 Kulturbonus, Tourismusbonus. Ist ja schon verschwindend gering. Aber gut, pro Runde auf lange Sicht ist das ja schon. Dann ist es unglaublich wichtig, das zu machen. Perlendiplone, Armbrust. Ne, konnten wir nichts machen. Den Bonus nicht mitnehmen. Nächstes Mal weiß ich Bescheid. Nicht so viele Artefakte ausgraben. Mehr Bilder malen. Weniger goldene Zeitalter nehmen. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch zum nächsten Let's Play zu begrüßen. Vielleicht mal wieder XCOM. Oder vielleicht auch nicht. Passt auf euch auf. Bis dann. Euer Egon Son.